Ciao! Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Hallo! Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Cool. Hallo? Hier, mein Ticket. Danke sehr. Ciao. Das Ticket, bitteschön. Cool. Tag. Ich würde gern ein Ticket kaufen. Auf geht's! Mahlzeit. Bin ich hier richtig? Dankeschön. Hallo? Mein Ticket? Danke. Hi. Fahren Sie in meine Richtung? Cool. Guten Tag. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Sehr freundlich. Das ist ein Ticket. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020